Kurze Ecke, weite Flanke, nicht ungefährlich, fällt das Tor doch noch. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Schöne Aktion. Na jetzt müssen Sie aufpassen. Jetzt vielleicht. Der Ball ist drin. Vom Pfosten geht der Ball ins Tor. Jetzt wird es gefährlich. Tor! Alex Morgan trifft. Der ist drin! Zumindest haben sie sich nicht aufgegeben, was dieser Treffer zeigt. Allzu viel Freude kommt aber natürlich nicht. Und Alex Morgan. Gute Aktion. Und das ist das Tor für die US-Amerikanerinnen. B asken. Z Untertitelung des ZDF, 2020